Hey, ich wollte da hoch. Da nicht das Hintergrund. Das Hintergrund, okay. Leben habe ich noch alle, ne? Jetzt habe ich noch alle Leben? Entscheint ja. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich finde es gut, dass wir so schnell nachwachsen. Dann hat man nicht so ewige Probleme mit dem, mit seinem Dings, den man nicht findet, mit seinem Mana. Nice. Ah, ich verstehe. Oh, da kann ich nicht durch. Okay, dann verstehe ich wie, aber wie ich den hochkriege. Ich glaube, das war nicht ganz richtig. Es ruft er. Das hat geklappt Rätsel kann ich Also noch jedenfalls Mal gucken, wann die Schwierigkeitsgrad anhält Okay, anscheinend habe ich das Tor Damit geöffnet Ah, ne Hier gibt es nichts mehr, was ich tun kann Ja, ohne Klebrig ist das schon so eine Sache Da ist der Magnet eigentlich ganz cool Jetzt würde ich die Punkte zum Beispiel nicht kriegen Ah Wozu? Wozu? Ist der? Ja Ja, finden wir bestimmt noch heraus Ah Ah, okay Man muss schnell sein Oh mein Gott Oh, weg mit dir, ey Weg mit dem Wasser Oh, 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 oh Da brauche ich nicht einen Triple-Sprung Müsste farm eigentlich Wird ich mir den Bessen kann Oh Hä? Was muss ich denn jetzt hier machen? Kann ich den abschießen? Kann ich den abschießen? Hm Ah Ah Verstehe nur nicht, was ich mit den Schildkröten da rechts da weitermachen soll Weil sonst Wo kommen diese Zinn überhaupt her Wir können mal regenerieren Ich frage mich, ob ich da halt so hochkomme So Da komme ich tatsächlich Dann bringt mir das halt nichts, wa? Nein Oben war ich ja schon Ah Ah, okay Geht ja doch relativ einfach Ah Jetzt komme ich auch da rum Da ist schon wieder so ein scheiß Fliegefiel Oh, oh Weg mit der Ranz Ah Ah Falsche der Boy nicht Äh Jetzt muss ich da unten langen Das war ja sehr clever von mir, Alter So Bin ich denn hier Nope Ich bin schon wieder viel zu weit Boah Boah Da 300 sind da Äh Na komm Geh ich jetzt mal Weiter Da oben Ah ne Da kann ich lang Okay Smokey Äh Ich muss jetzt da hoch wieder, ne? Kann ich Ah ne Da unten kann ich jetzt auch, ja? Weil da jetzt kein Dings mehr ist Weil da jetzt kein Dings mehr ist Oh oh Und weg Nein Oh nö Okay Jetzt sind wir hier Da ist ein Piranha-Scheißfie Oh mein Gott Okay Okay Was ist denn ein Kartenmacher? Okay